Hallo Leute, schön dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video schauen wir uns alles rund um die Firmware von Flipper Zero an. Ja, die Standard-Firmware ist für Einsteiger schon recht gut, doch wenn ihr das Optimum aus eurem Flipper Zero rausholen wollt, dann kommt sie an Custom-Firmware nicht vorbei. Wir schauen uns heute mal an, welche aktuellen Custom-Firmware es gibt, welcher mein persönlicher Favorit ist und dann zeige ich euch noch 5 verschiedene Wege, wie ihr die Firmware auf eurem Flipper individuell drauf flashen könnt. Seid gespannt, wir starten sofort wie immer nach dem Intro. Ja, wie bereits im Intro gesagt, dreht es sich heute rund um die Firmware vom Flipper Zero. Ja, die Standard-Firmware von Flipper Zero läuft sehr stabil, aber hat im Vergleich zu anderen Firmwares einen relativ eingeschränkten Funktionsumfang. Gerade was die Unterstützung von Protokollen in den verschiedenen Bereichen NFC oder Sub-Gigahertz angeht, haben Custom-Firmwares deutlich die Nase vorn. Ja, eine Funktion, die ich euch noch ganz kurz mit zeigen möchte, ist, wo zum Beispiel auch der Vorteil von Custom-Firmware liegt, möchte ich euch anhand von einem kleinen Beispiel zeigen, und zwar im Bereich Sub-Gigahertz. Wenn ich hier im Bereich Sub-Gigahertz einfach nach Funksignal suche und das Signal wird nicht unterstützt, dann zeigt er an, dass er zwar Datenempfang hat, kann aber damit nichts anfangen. Ich habe hier noch auf einem zweiten Flipper mal ein Funksignal von einer Wetterstation vorbereitet. Und bei der Custom-Firmware, wenn wir hier gerade sehen, ist es so, dass Protokolle, die über die Custom-Firmware bereits interpretiert werden können, auch direkt vom Flipper verarbeitet werden und wir hier direkt sehen können, um was für ein Gerät es sich handelt und mit welchen Daten das Ganze übertragen worden ist. Wenn wir hier zum Beispiel reingehen, in diese Wetterstationsdatei, sehen wir zum Beispiel, dass hier eine Wetterstation gesendet hat und die Temperaturen Luftfeuchtigkeitswerte übergeben hat. An der Stelle noch ganz kurz kleiner Werbeblock. Ich habe da auch schon mal ein vertiefendes Video gemacht zu dem Thema Wetterstation hacken. Ich kopiere es euch oben auch nochmal rein, wo man mal schauen kann, wie wir so Daten auch mit dem Flipper Zero manipulieren können, so dass hier ganz andere Daten zum Beispiel auf der empfangenden Wetterstationsseite ankommen. Doch jetzt zurück zum Thema Firmware. Also, wenn es ihr wirklich alles aus eurem Flipper rausholen wollt, dann kommt es ja nicht an einer Custom-Firmware vorbei. Wir schauen uns jetzt mal an, welche Firmwares aktuell die gängigsten sind und worin sie sich unterscheiden. Ja, das hier ist eigentlich auch schon so eine kleine Werbeseite von Momentum, wobei man das ja doch relativ objektiv sehen muss. Wir haben grundsätzlich drei verschiedene aktuelle Custom-Firmwares. Wir haben hier zum einen die Rushmaster-Firmware, Unleashed und Momentum. Ja, jetzt fragt sie euch wahrscheinlich, Raik, was hast du denn auf deinem Flipper drauf? Ja, ich habe aktuell Momentum drauf. Ich werde euch im Verlauf vom Video auch sagen, warum das so ist. Ich hatte neben der Stock-Firmware ganz am Anfang zunächst Rushmaster drauf, bin aber dann im Laufe der Zeit zum Momentum gewechselt. Ja, wenn wir uns mal schauen, rein vom Funktionsvergleich. Momentum haben wir rechts, Rushmaster links und Unleashed in der Mitte. Unleashed habe ich, wie gesagt, selber noch nie genutzt. Unleashed ist relativ nah an der Standard-Firmware mit entsprechenden Erweiterungen. Ja, Momentum wirbt hier damit, dass sie eine recht stabile Update-Politik haben. Was man bei Rushmaster jetzt nicht so genau sagen kann, da kommen die Updates auch mal hin und wieder länger nicht und dann mal wieder ganz viele hintereinander. Ja, Rolling-Code-Support, sprich für Protokolle, bei denen sich der Code beim drücken der Fernbedienung zum Beispiel permanent wechselt, sind ein paar dabei. Sind nicht viele. Es sind, ja, eher geknackte Rolling-Code-Verfahren. Aktuelle werden wir hier nicht finden, bei keiner Firmware. Find my Flipper ist eben das Thema, dass ich meinen Flipper wie ein AirTag von Apple lokalisieren kann. Bedeutet auch ein bisschen Konfigurationsaufwand, ist jetzt aber nicht so ein Totschlag-Feature. Tja, Bluetooth Low Energy Spam, hatte ich ja auch in dem letzten Einsteiger-Video schon mal gezeigt, wie das Ganze ausschauen kann. Ich verlinke euch da oben auch nochmal das Video dazu. Bad Keyboard mit Erweiterung-Funktion gibt es nur bei Momentum. Im Bereich Sub-Driving nennen sie es, angelehnt an War-Driving, was wir im Bereich Wi-Fi kennen, wo wir mit dem Auto rumfahren und nach fremden WLAN-Netzwerken scannen. Das haben sie hier übernommen in dem Sinne, dass die Rushmaster und die Momentum-Firmware ein GPS-Modul unterstützt. Das heißt, in der Firmware kann da zum Beispiel auch festgehalten werden, an welchem Ort wurde welches Sub-Gigahertz-Signal empfangen. Momentum wirbt hier als einzigstes damit, dass die ganzen Layouts und Menüs komplett individualisiert werden können. Was die im nächsten Punkt mit dieser Management-App meinen, ich kann es nicht sagen, weil wir haben ja die Companion-App. Ich ziehe es euch hier auch nochmal kurz rein. Die haben wir ja auch im Einführungsvideo gesehen. Weiß ich nicht, was es hier für eine andere Management-App noch geben soll. Ich habe mich davor nochmal ein bisschen schlau gemacht, habe auch nichts anderes gefunden, was sie uns damit sagen wollen. Vielleicht wisst ihr es ja ihr. Gerne einen Kommentar dazu hier unten unter dem Video schreiben. Dann lerne ich vielleicht auch noch was dazu. Dann haben wir den RGB-Backlight-Mod. Ich habe ja auch schon mal ein Reparatur-Video von Flipper Zero gemacht, wo man sieht, wie man das Display wechselt. An der Stelle kann man zum Beispiel auch, wenn man eh schon den Flipper auseinandergebaut hat und das Display freiliegen hat, ein RGB-Mod einbauen. Da kann man im Prinzip die Hintergrundbeleuchtung wahlweise in unterschiedlichen Farben einstellen. Das ist bei den beiden gängigen hier, Rouge Master und Momentum unterstützt, also dass das Ganze auch softwareseitig angesteuert werden kann. Ja, wir können die Daten vom Flipper überschreiben. Sie nennen es hier Spoofing. Im Prinzip, dass ich meinen Flipper einen individuellen Namen gebe, dass ich auch MAC-Adresse und Seriennummer anpassen kann. Ja, erweiterte Sicherheitsfunktionen, dass man halt das Ganze ein bisschen Failsafe macht. Setpacks, ja, möchte ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Verschiedene Optionen fürs VGM, das ist das Videogame-Module. Da gibt es ja eine Erweiterung, die ich oben drauf stecken kann, wo ich mit HDMI-Anschluss dann in Flipper wie so eine Art kleine Spielekonsole verwenden kann. Ja, wer es möchte. Wir haben hier Optimierung im Bereich der Dateisuche, im Bereich Disk-Management und im Error-Handling. Ja, zum Abschluss auch nochmal hier eine unverbindliche Angabe der unterstützten externen Apps. Ich habe es euch ja auch im Einführungsvideo gezeigt, dass wir im Flipper App Store auch weitere Apps installieren können. Anfänglich ging es mit den Custom-Firmwares nicht, dass ich in den Flipper App Store konnte. Ja, mittlerweile sind auch die Custom-Firmwares so angepasst, dass ich hier ganz normal auch über den Stock App Store vom Flipper in der Kompagnon App Apps runterladen kann. Im Vergleich her sehen wir, dass Rouge Master mit 305 externen Apps relativ überfrachtet ist. Dagegen Momentum hat nur 160 Apps drin. Ja, warum macht das Momentum so? Also Momentum legt Wert auf Stabilität und das merkt man auch, dass sie hier nicht jede 0815 App irgendwie mit in den Code aufnehmen und mit der Firmware ausrollen, sondern dass sie wirklich nur essentielle, sehr gut funktionierende Apps, die auch wirklich durchgetestet sind, aufnehmen. Während bei Rouge Master auch Apps mit dabei sind, die sich teilweise noch im Entwicklungsstadium befinden, keine Dokumentation mitgeliefert haben oder auch noch sehr fehleranfällig sind oder direkt während der Benutzung abstürzen. Ja, bei Unleashed sehen wir hier ungefähr 200 Apps. Das ist so ein Mittelwert zwischen Rouge Master und Momentum. Ja, ich habe ja gesagt, ich selber hier habe Momentum auf meinen Flippers. Das hat ein paar Hintergründe. Also am Anfang bin ich mit Rouge Master gestartet. Rouge Master war da sehr gut. Man hat hier wirklich sehr viele Apps gehabt. Sehr frühzeitig konnte man neue Sachen nutzen. Aber im Laufe der Zeit habe ich, als auch viele andere User gemerkt, dass verschiedene Funktionen nicht so funktionieren. Wenn es zu Systemenabbrüchen kommt, der Flipper einfriert oder dass er gerade im Speicherhandling Fehler hat. Das heißt, man hat dann öfters mal die Out-of-Memory-Meldung bekommen, dass nicht mehr genügend Arbeitsspeicher im Flipper ist. Und dann läuft er in einen harten Reboot rein. Erst dann kann man ihn weiterverwenden. Gerade im Bereich NFC super unstabil. Bei ungefähr 4 von 5 mal NFC-Funktion starten stürzt der Flipper direkt ab. Also da hat Rouge Master massiv an Qualität eingebüßt. Und das war auch ein Grund, mir mal die andere Firmware von Momentum anzuschauen. Und da, seitdem ich zu Momentum gewechselt bin, alles super stable. Und wirklich auch für den tagtäglichen Einsatz perfekt. Ja, am Beispiel von Momentum möchte ich euch auch mal zeigen, die 5 Möglichkeiten, wie wir das Ganze auch installieren können. Dazu wechsle ich ja schon mal auf die Momentum-Seite bei GitHub. Wenn man hier auf der Übersichtsseite ist, geht man auf Momentum-Firmware und dann ist man auf der Seite, wo man hier auch im rechten Bereich die Releases runterladen kann. Ja, das aktuell letzte Release ist vom 30. April zum Stand von diesem Video heute hier. Und wenn ich da drauf gehe, kann ich hier die entsprechenden Change Logs einsehen. Und ich kann ganz unten die entsprechenden Update-Pakete runterladen. Ja, ich empfehle euch am besten das TGZ-Paket runterzuladen, weil das von den meisten Update-Varianten am einfachsten unterstützt wird. Wir starten jetzt mal mit den verschiedensten Varianten, wie ihr euren Flipper updaten könnt. Ja, die Variante 1. Variante 1 ist die Flipper-Kompagnon-App. Ich habe es euch auch im Einführungsvideo schon gezeigt, dass es hier gleich auf der Übersichtsseite der Kompagnon-App hier die Möglichkeit gibt, die Firmware zu aktualisieren. Wenn wir eine Custom-Firmware installieren wollen, dann müssen wir unten das Bereich Custom auswählen. Und ich kann hier über den File-Manager entsprechend dann das Update-File, was ich schon dann von der Release-Seite runtergeladen habe, entsprechend auswählen. Geht da mal drauf. Wir sehen, wie sich der File-Manager öffnet. Wir haben hier auch die Möglichkeit, das TGZ-Paket direkt auszuwählen, zu öffnen. Und dann wird das Ganze auf den Flipper geflasht. Vorsichtig. Das Ganze läuft über Bluetooth. Bluetooth ist relativ langsam, kann unstabil sein. Und wenn ein Firmware-Update über Bluetooth schiefläuft, brickt ihr vielleicht euren Flipper. Das heißt, ihr müsst dann den ganzen über serielle Schnittstelle wieder neu aufsetzen. Deswegen ist meine Empfehlung, diese Update-Variante 1 über die Kompanion-App nicht zu machen. Dauert lang, unstabil und euer Flipper leidet vielleicht drunter. Deswegen zeige ich euch ganz einfach mal Variante 2. Ja, Variante 2 ist die Q-Flipper-App. In der Q-Flipper-App, wenn ich hier den Flipper verbunden habe, ich habe ihn hier auch schon mal gerade verbunden, sehen wir hier unter anderem zum Beispiel genau das, was wir hier gerade auf dem Flipper auch sehen. Da sehen wir eben auch, welche Firma installiert ist. Hier kann ich genauso dann über Install vom File mir die entsprechende TGZ-Datei auswählen. Oder ich kann auch direkt das DFÜ-File wählen als Format. Ich habe hier das Ganze mal nicht als TGZ, sondern als ZIP hier runtergeladen, habe das ZIP entpackt. Und dann kann ich auch starten, indem ich hier das DFÜ-File auswähle. Aber, wie gesagt, hier die Empfehlung, nutzt einfach das TGZ-Bündel. Dann könnt ihr das Ganze hier einmal auswählen, öffnen, wird zum Flipper übertragen, startet einmal durch. Und dann ist die Custom-Firmware schon drauf. Ja, Update-Variante Nummer 3. Update-Variante Nummer 3 ist folgende. Ja, Update-Möglichkeit Nummer 3 ist ja auch über einen File-Manager vom Q-Flipper. Und zwar kann ich ja hier auf die SD-Karte drauf zugreifen. Und ich kann das Ganze auch quasi offline ohne Programm direkt über einen Flipper aktualisieren. Wenn ihr da noch keinen Update-Folder habt, könnt ihr euch hier einen Update-Ordner anlegen. In den Update-Ordner dann das entpackte ZIP-File einfach rein kopieren. Das heißt, hier den kompletten Update-Ordner. In meinem Fall habe ich hier zum Beispiel schon mal ein Momentum-Update entpackt. Ich gehe da noch mal rein und wir sehen auch hier wieder die ganzen Dateien, die im Update-Folder drin sind. Ja, ich wechsle hier mal zum Flipper zurück. Und wenn wir beim Flipper in den File-Manager gehen, das ist ja standardmäßig die Pfeil-Nach-Unten-Taste, dann können wir hier in den Update-Folder wechseln. Ich gehe da jetzt einfach mal hin und wenn ich im Update-Folder bin, können wir auch hier wieder in den gerade rüber kopierten Folder reingehen. Und wir können hier die Update-Datei, und zwar ist das diese hier, die so als kleines Paket angezeigt wird, auswählen. Und wenn ich jetzt hier mit rechts klick, kann ich das Update offline über den Flipper installieren. Das möchte ich jetzt hier natürlich nicht machen. Denn wir schauen uns jetzt Variante Nummer 4 an. Ja, Variante Nummer 4 geht über die Web-Serial-Verbindung moderner Browser. Dazu rufen wir die Momentum-Firmware-Update-Seite auf. Und ich habe hier auch schon den Flipper angeschlossen. Und wenn ich ihn angeschlossen habe und das entsprechende Device, in dem Fall sehen wir hier, dass über den seriellen Port mein Flipper verbunden ist, dann sehe ich hier ähnlich wie in Q-Flipper die Möglichkeit auch, dass ich hier die Firmware flashen kann. Da ich hier, ich tue euch nochmal unten im Video auch die entsprechenden URLs reinkopieren, wo ihr auch die Update-Seite findet und auch die Custom-Firmware. Da habt ihr auch hier gleich vorbelegt, dass die aktuellste Momentum-Firmware vorselektiert ist. Und da kann ich auch einfach mit einem einfachen Klick auf Flash das Ganze updaten. Läuft dann auch einfach durch und reibungslos. Und das ist auch die empfohlene Variante, um Updates von eurem Flipper Zero mit Custom-Firmware durchzuführen. Ja, jetzt denkt ihr euch, Variante Nummer 5. Jetzt haben wir schon vier verschiedene Varianten gesehen. Was ist denn jetzt noch Variante Nummer 5? Ja, wenn wir eben hier nochmal auf die Release-Seite schauen, sehen wir eben auch die gerade angesprochenen Varianten. Ja, wir hatten ZIP. Das ist im Prinzip, wo wir die Firmware-Update-Dateien direkt auf den Flipper kopiert haben. Wir haben das Q-Flipper-Package TGZ, was wir über die Q-Flipper-App installiert haben. Wir haben dann das Ganze über die Mobile-App, wo wir dann uns auch das TGZ-Paket rausgesucht haben. Und wir haben jetzt gerade in Variante Nummer 4 das Update über den Chrome-Browser durchgeführt. Ja, Variante Nummer 5 setzt darauf auf, dass wir das Ganze über die Kommandozeile im Terminal machen. Ja, dazu möchte ich euch hier nochmal ganz kurz zeigen, weil das ist jetzt ein Weg, das braucht man normalerweise nicht. Es gibt ja auch verschiedene Tools, dass ich zum Beispiel die Bindateien direkt auf den Flipper flashen kann oder eben im Rahmen vom Kompilieren der Software. Das heißt, wenn ich hier die Flipper-Software individuell auf Basis von Custom-Firmware anpassen möchte mit eigenen Erweiterungen oder vielleicht die einfach nur mal stinknormal selber kompilieren möchte, dann gibt es eine integrierte Funktion. Das ist die FBT. Die wird auch dann mitgeliefert. Und dann kann ich mit FBT-Flash USB-Full, kann ich dann die Firmware über die Kommandozeile auf den Flipper flashen. Ja, das ist wie gesagt ein bisschen exotisch für euch. Empfehlung von mir, Variante Nummer 4. Ja, was habt ihr bereits für Erfahrungen mit Custom-Firmware gemacht? Teilt ihr meine Meinung und sagt, Momentum ist die beste Custom-Firmware für den Flipper Zero oder schwörzt ihr auf Rushmaster oder auch vielleicht andere Firmwares? Lasst dazu gerne einen Kommentar unten unter dem Video da und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und Glocke drückt nicht vergessen. Dann bekommt ihr auch aktiv Informationen, wenn ich neue Videos zum Flipper Zero und anderen Themen aus der IT-Security hochlade. Mir hat es gefallen, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne freut es mich, wenn ihr auch wieder beim nächsten Video mit dabei sein würdet. In diesem Sinne macht es gut, euer Raik. Ciao!